Hallo und Willkommen. Ich habe mir einen neuen Xbox One Controller bestellt von Xbox Design Labs und den wollte ich euch kurz mal vorstellen. Schaut her. Wundervolle Farbe. So sieht er aus. Ich habe ihn komplett orange gemacht. Das Steuerkreuz und die hinteren Tasten sind mit so einem Olivgrün gestückt. Und unten habe ich ein paar Gummigriffe angebracht, also beziehungsweise so ausgewählt, da der Grip damit noch etwas besser ist. Und ja, das ist mein neuer Controller. Qualität wie immer super. Versand hat jetzt knapp 5-6 Tage gedauert. Und ich werde euch jetzt mal kurz paar Bilder vom neuen Controller einblenden, damit ihr die Farbe nochmal schön einfangen könnt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.